Sie haben Lust, Neues auszuprobieren und auf angenehme Weise dem Alltag zu entfliehen? Prickelnde Momente sind nach einem Besuch in der stilvollen Erotik-Boutique Secret Heaven garantiert. Inhaberin Karin Höller holt stets die neuesten Trends in ihren Laden und schafft eine Atmosphäre, die zum Stöbern und Probieren einlädt. Eine große Auswahl romantischer Dessous und Strumpfwaren in bester Qualität lässt jede Frau fündig werden. Raffinierte Schnitte setzen ihre Vorzüge ebenso gekonnt in Szene wie Corsagen, Kleider und Schuhe mit Stil unter einem Hauch Erotik. Aber auch Lack und Leder sowie Latex und Wetlook sind fester Bestandteil im Sortiment, so kommen auch Anhänger der Fetisch-Szene voll auf ihre Rechnung. Ganz egal, ob ihre Vorlieben soft oder härter sind. Qualitativ hochwertige Toys, Massageöle und Kerzen sorgen zusätzlich für knisternde Spannung. Nähere Infos und den beliebten Online-Shop finden Sie auf www.secretheaven.at. Ihr Partner wird es Ihnen danken.